Silber ist ein chemisches Element mit dem Element Symbol AG und der Ordnungszahl 47. Es zählt zu den Übergangsmetallen. Im Periodensystem steht es in der 5. Periode und der 1. Nebengruppe oder Kupfergruppe. Das Element Symbol AG leitet sich vom lateinischen Wort Agentum für Silber ab. Silber gehört zu den Edelmetallen. Es ist ein weiches, gut verformbares Schwermetall mit der höchsten elektrischen Leitfähigkeit aller Elemente und der höchsten thermischen Leitfähigkeit aller Metalle. Lediglich Supra-Flüssigkeiten und ungestörte kristalline Ausprägungen des Kohlenstoffs und des Bornitrids weisen eine bessere thermische Leitfähigkeit auf. Etymologie Das Wort Silber leitet sich aus der gemeingermanischen Wurzelsternchen Silubra ab, ebenso wie die Bezeichnungen in anderen germanischen Sprachen so. Auch das Baskische hat das germanische Wort übernommen. Sila Denselben indoeuropäischen Ursprung wie die germanischen Bezeichnungen haben die baltischen und die slawischen. Letztlich ist das Etymon aber wohl einer orientalischen Sprache entlehnt eine Ableitung von der semitischen Wurzel SRP. Die Philologie des 19. Jahrhunderts brachte eine Vielzahl von Theorien über den Ursprung des Wortes hervor. Der bis heute häufig zu lesende Zusammenhang mit dem in Homers Ilias beschriebenen sagenhaften Land Elig 1870 von Victor Hinn hergestellt, muss Spekulation bleiben. In anderen indoeuropäischen Sprachen geht das Wort für Silber auf die genuinen indogermanische Wurzelsternchen AG zurück, so griechisch AGYROS und LAT. AGENTUM Wegen seiner Vorkommen von Silbererzen erhielt Argentinien seinen Namen. Es ist das einzige nach einem chemischen Element benannte Land. Häufiger ist die Namensgebung eines Elementes nach einem Land. B. FRANZIUM Germanium und Polonium Geschichte Silber wird von Menschen etwa seit dem 5. Jahrtausend v. CHR verarbeitet. Es wurde zum Beispiel von den Assyrern, den Goten, den Griechen, den Römern, den Ägyptern und den Germanen benutzt. Zeitweise galt es als wertvoller als Gold. Das Silber stammte meistens aus den Minen in Laurin, die etwa 50 km südlich von Athen lagen. Bei den alten Ägyptern war Silber als Mondmetall bekannt. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit wurden in Zentraleuropa Silbererzvorkommen im Harz, in Waldeck, Frankenberg, am Donnersberg, im Thüringer Wald, in Sachsen, im Südschwarzwald, Böhmen und der Slowakei entdeckt. Ergiebige Silbervorkommen sind darüber hinaus aus Kongsberg bekannt. Größter Silberproduzent im Mittelalter war Schwarz. Bis zu 80% des damaligen Silbers kam aus den Stollen der Schwarzer Knappen. Später brachten die Spanier große Mengen von Silber aus Lateinamerika unter anderem aus der sagenumwobenen Mine von Potosí nach Europa. Auch Japan war im 16. Jahrhundert Silberexporteur. Durch das gestiegene Angebot sank der Silberwert in der alten Welt. Da nach 1870 vorwiegend Gold als Währungsmetall verwendet wurde, verlor das Silber seine wirtschaftliche Bedeutung immer mehr. Das Wertverhältnis sank von 1.14 Uhr einige Zeit lang auf 1 zu 100. Später stieg es wieder etwas an. Im Februar 2012 lag es bei ungefähr 1.51 Uhr. Das Angebot an Silber ist von der Verbrauchs- und Produktionsentwicklung anderer Metalle abhängig. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde rostfreier Stahl entwickelt. Der dann aufgrund seiner Gebrauchsfreundlichkeit und des attraktiven Preises nach dem Ersten Weltkrieg in die Einsatzbereiche des Silbers vordrang. Etwa Servierplatten, Bestecke, Leuchter und Küchengerät. Gegenläufig dazu hat sich der Bereich Fotografie und Photochemie unter Verwendung der Silbersalze während des ganzen 20. Jahrhunderts breit entwickelt, verliert aber seit der Ende der 1990er Jahre im Zuge der Umstellung auf die digitale Abbildungstechnik wieder an Bedeutung. Silber wird zunehmend im Bereich Elektrik, Elektronik sowie zur Kontrolle von Mikroben eingesetzt. Durch den zukünftig verstärkten Einsatz von RFID-Chips wird die Nachfrage weiter ansteigen, da die Funkantennen der Chips aus Silber bestehen. Auch die Kontakte an der Oberseite von Solarzellen werden heute aus Silber gefertigt. Durch diese zum Teil neuartige Entwicklung ist die Silbernachfrage weltweit weiter steigend. Silber als Mineral und Varietäten Silber hat in der Erdkruste einen Anteil von etwa 0,079 ppm. Es ist damit etwa 20 mal häufiger als Gold und rund 700 mal seltener als Kupfer. In der Natur tritt es gediegen auf, das heißt elementar, meist in Form von Körnern, seltener von größeren Nuggets, dünnen Plättchen und Blechen oder als drahtig verästeltes Geflecht bzw. als dünne Silberdrähte in hydrotherma gebildeten Erzgängen sowie im Bereich der Zementationszone. Von der International Mineralogical Association ist es daher in der Strunzze Mineralsystematik unter der Systemnummer 1. A bzw. veraltet unter I A zu 20 als Mineral anerkannt. Zu den wichtigsten sulfetischen Silbererzen zählen unter anderem Acantit AG2S mit einem Silbergehalt von etwa 87% und Stromeirit Coex mit etwa 53% Silberanteil. Das Mineral mit dem höchsten Silberanteil von maximal 99% ist allerdings das selten vorkommende Alagentum. Ebenfalls selten vorkommende Silberminerale sind unter anderem der Chloragyrit AGCl und der Myagyrit AGSBS2. Insgesamt sind einschließlich gediegen Silber bisher 167 Silberminerale bekannt. Neben diesen Silbererzen findet man noch sogenannte silberhaltige Erze, die meist nur geringe Mengen Silber enthalten. Dies sind häufig Bleiglanz und Kupferkies. Aus diesem Grund wird Silber häufig als Nebenprodukt bei der Blei- oder Kupferherstellung gewonnen. Ein als Konsbergit bezeichnetes Silberamalgam mit einem Quecksilbergehalt von etwa 5% wird als Varietät dem Silber zugerechnet. Nachgewiesen werden konnte Konsbergit bisher an 35 Pfundorten. Eine Silbervarietät mit einem Gehalt zwischen 10 und 30% Gold ist unter der Bezeichnung Kystelit bekannt und konnte bisher an rund 60 Pfundorten nachgewiesen werden. Seit dem 18. Jahrhundert ist bekannt, dass durch Erhitzen von Akantit bzw. bei Verhütungsprozessen von Silbererzen künstlich erzeugte Silberdrähte meist in Form von Silberlocken entstehen können. Besonders in den letzten Jahrzehnten wurde wiederholt über die künstliche Erzeugung von Silberlocken auf Akantit-Stufen in der Fachliteratur berichtet. Vorkommen und Förderung Die wichtigsten Silbervorkommen befinden sich in Nordamerika und in Südamerika. Mit rund 30% der globalen Förderung war Peru 2009 der weltweit größte Silberproduzent. Im Jahr 2011 förderte Mexiko mit 4.500 T weltweit das meiste Silber. China konnte seine Produktion in den letzten drei Jahren um mehr als 50% steigern. Das meiste Silber wird aus Silbererzen gewonnen, die oft zusammen mit Blei, Kupfer und Zinkerzen als Sulfide oder Oxide vorkommen. Wichtige Fundorte von gediegenem Silber waren Freiberg im Erzgebirge, Schwarz-Konsberg, Norwegen, St. Andreasberg im Harz, Kevener, Halbinsel, USA, Bato Pilas, Mexiko, Mansfelder, Kupferschieferrevier. Zwischen dem Beginn des 20. Jahrhunderts und dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat die jährlich geförderte Silbermenge zwar fluktuiert, ist aber im Mittel konstant geblieben. Vom Kriegsende bis heute hat sie sich mehr als verdoppelt. Das polnische Unternehmen KGHM ist mit durchschnittlich 1.200 Tonnen Jahresförderung das bedeutendste Silberunternehmen der EU und das zweitgrößte weltweit. Laut einer Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung sowie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe beträgt die weltweite Reichweite der Silberressourcen nur noch 29 Jahre. Somit ist mit einer Verknappung von Silber in den nächsten Jahrzehnten zu rechnen. Allerdings wird auch immer mehr Silber recycelt, wodurch die bekannten Vorkommen geschont werden. Ausgehend von den Daten des US-Geological Survey vom Januar 2013 ergibt sich in Bezug auf Reserven im Verhältnis zu den weltweiten Produktionszahlen von 2011 und 2012 eine aktuelle Reichweite für Silber von 22 bis 23 Jahren. Wie bei den anderen Edelmetallen spielt die Wiederaufarbeitung silberhaltiger Materialien im Rahmen des Recyclings beispielsweise von Fotopapieren, Röntgenfilmen, Entwickler und Fixierbädern, Elektronik, Schrott und Batterien eine wichtige Rolle. Gewinnung und Darstellung 20% des Silbers wird aus Silbererzen gewonnen. Aus diesen wird das Silber meist durch Zyanitlaugung mit Hilfe einer 0,1%ige Natrium-Zyanitlösung herausgelöst. Dazu wird das Erz zunächst fein zu einem Schlamm zerkleinert. Anschließend wird die Natrium-Zyanitlösung dazu gegeben. Dabei ist eine gute Belüftung wichtig dafür, dass Verfahren Sauerstoff benötigt wird. Bei der Zugabe von Natrium-Zyanit gehen sowohl elementares Silber als auch Silbererzehr als die Cyanoagetat AG2- in Lösung. Da die Reaktion von Natrium-Zyanit mit Silbersulfid in einem Gleichgewicht steht, muss das Natrium-Sulfid entweder durch Oxidation mit Sauerstoff oder durch Fällung entfernt werden. Anschließend fällt man das edlere Silber ähnlich wie bei der Goldgewinnung mit Zink aus. Punkt. Das ausgefallene Rohsilber wird abgefiltert und weiter gereinigt. Bei der Gewinnung von Bleierzen, wie aus Bleiglanz, entsteht nach dem Rösten und Reduzieren das sogenannte Rohblei oder Werkblei. Dieses enthält meist noch einen Anteil Silber. Im nächsten Schritt wird nun das Edelmetall entfernt und so dieses wertvolle Nebenprodukt gewonnen. Zur Gewinnung muss zunächst das Silber vom größten Teil des Bleis getrennt werden. Dies geschieht durch das Verfahren des Parkesierens. Das Verfahren beruht auf der unterschiedlichen Löslichkeit von Silber und Blei in Zink. Bei Temperaturen bis 400 Grad Celsius sind Blei und Zink praktisch nicht mischbar. Zunächst wird bei Temperaturen größer als 400 Grad Celsius zum geschmolzenen Blei Zink gegeben. Danach wird die Mischung abgekühlt. Da Silber im geschmolzenen Zink leicht löslich ist, geht es in die Zinkphase über. Anschließend erstarrt die Zinkschmelze als sogenannter Zinkschaum. Dadurch kann das Silber vom größten Teil des Bleis getrennt werden. Dieser Zinkschaum wird auch als am Blei bezeichnet. Er wird anschließend bis zum Schmelzpunkt des Bleis erhitzt, so dass ein Teil des Bleis schmilzt und entfernt werden kann. Danach wird die verbliebene Zinkbleisilberschmelze bis zum Siedepunkt des Zinks erhitzt und das Zink abdetilliert. Das so gewonnene Produkt wird Reichblei genannt und enthält etwa 8 zu 12 Prozent Silber. Um das Silber anzureichern, wird nun die sogenannte Treibarbeit durchgeführt. Dazu wird das Reichblei in einem Treibofen geschmolzen. Dann wird ein Luftstrom durch die Schmelze geleitet. Dabei oxidiert das Blei zu Bleioxid. Das edle Silber bleibt hingegen unverändert. Das Bleioxid wird laufend abgeleitet und so nach und nach das Blei entfernt. Erste der Bleigehalt des Raffinats so weit gesunken, dass sich auf der Oberfläche der Metallschmelze keine matte Bleioxidschicht mehr bildet. Das letzte Oxidhäutchen aufreißt und mithin das darunter liegende glänzende Silber sichtbar werden lässt, spricht man vom Silberblick. Die dann vorliegende Legierung wird Blicksilber genannt und besteht zu über 95 Prozent aus Silber. Silber ist auch in Kupfererzen enthalten. Bei der Kupferherstellung fällt das Silber neben anderen Edelmetallen im sogenannten Anodenschlamm an. Dieser wird zunächst mit Schwefelsäure und Luft vom Großteil des noch vorhandenen Kupfers befreit. Anschließend wird er im Ofen oxidierend geschmolzen, wobei enthaltene unedle Metalle in die Schlacke gehen und entfernt werden können. Raffination Rohsilber wird auf elektrolytischem Weg im Möbius-Verfahren gereinigt. Dazu wird das Rohsilber als Anode in eine Elektrolysezelle geschaltet. Als Kathode dient ein Feinsilberblech als Elektrolytsalpetersaure Silbernitratlösung. Das Verfahren entspricht der elektrolytischen Reinigung des Kupfers. Während der Elektrolyse werden Silber und alle unedleren Bestandteile des Rohsilbers oxidiert und gehen in Lösung. Edlere Anteile wie Gold und Platin können nicht oxidiert werden und fallen unter die Elektrode. Dort bilden sie den Anodenschlamm, der eine wichtige Quelle für Gold und andere Edelmetalle ist. An der Kathode wird nun ausschließlich Silber abgeschieden. Dieses sehr reine Silber bezeichnet man als Elektrolyt oder Feinsilber. Eigenschaften Silber ist ein weißglänzendes Edelmetall. Das Metall kristallisiert im kubischen flächenzentrierten Kristallsystem. Unter Normaldruck betragen die Schmelztemperatur 961 Grad Celsius und die Siedeltemperatur 2212 Grad Celsius. Silber hat aber bereits oberhalb von 700 Grad Celsius also noch im festen Zustand einen deutlichen Dampfdruck. Es siedelt unter Bildung eines anatomigen blauen Dampfes. Das Edelmetall besitzt eine Dichte von und gehört daher wie alle Edelmetalle zu den Schwermetallen. Silber hat einen metallischen Glanz. Frische und korrodierte Flächen von Silber zeigen die höchsten Lichtreflexions-Eigenschaften aller Metalle. Frisch abgeschiedenes Silber reflektiert über 99,5% des sichtbaren Lichtes. Als weißes des aller Gebrauchsmetalle wird es daher auch zur Herstellung von Spiegeln benutzt. Strichfarbe ist ein gräuliches Weiß. Mit abnehmender Korngröße wird die Farbe immer dunkler und ist bei fotografisch fein verteilten Silberkristallen schwarz. Das Reflexionspektrum zeigt im nahen UV eine ausgeprägte Plasmakante. Silber leitet von allen Metallen Wärme und Elektrizität am besten. Wegen seiner Dehnbarkeit und Weichheit lässt es sich zu feinsten, blau-grün durchschimmernden Folien von einer Dicke von nur 0,002 bis 0,003 mm aushämmern oder zu dünnen. Bei 2 km Länge nur 0,1 bis 1 g wiegenden Drähten ausziehen. Im geschmolzenen Zustand löst reines Silber leicht aus der Luft das 20-fache Volumen an Sauerstoff, der beim Erstarren der Schmelze unter Aufplatzen der bereits erstarrten Oberfläche wieder entweicht. Bereits gering ligiertes Silber zeigt diese Eigenschaft nicht. Chemische Eigenschaften Silber ist ein Edelmetall mit einem Normalpotential von plus 0,7991 V. Aus diesem Grund ist es relativ reaktionsträge. Es reagiert auch bei höherer Temperatur nicht mit dem Sauerstoffe der Luft. Da in der Luftspurenweise Schwefelwasserstoff H2S enthalten ist, laufen Silberoberflächen allerdings mit der Zeit schwarz an. Da elementares Silber mit Schwefelwasserstoff in Anwesenheit von Luftsauerstoff Silbersulfid bildet. Punkt. Silber löst sich nur in oxidierenden Säuren wie beispielsweise Salpetersäure. In nicht oxidierenden Säuren ist es nicht löslich. Auch in Cyanidlösungen löst es sich bei Anwesenheit von Sauerstoff durch die Bildung eines sehr stabilen Silber-Cyanid-Komplexes, wodurch das elektrochemische Potential stark verschoben ist. In konzentrierter Schwefel- und Salpetersäure löst sich Silber nur bei erhöhten Temperaturen, da es durch Silbernitrat und Sulfat passiviert ist. Silber ist stabil gegen geschmolzene Alkalihydroxide wie Natriumhydroxide. Im Labor verwendet man darum für diese Schmelzen auch Silber anstatt Porzellan oder Platintiegel. Silber wirkt in feinst verteilter Form Bakterizid, also schwach toxisch, was aufgrund der großen reaktiven Oberfläche auf die hinreichende Entstehung von löslichen Silberäonen zurückzuführen ist. Im lebenden Organismus werden Silberäonen jedoch in der Regel schnell an Schwefel gebunden und scheiden aus dem Stoffkreislauf als dunkles, schwer lösliches Silbersulfid aus. Die Wirkung ist oberflächenabhängig. Dies wird in der Medizin genutzt für Wundauflagen wie für invasive Geräte. In der Regel wird Silber für Bakterizidezwecke daher in Medizinprodukten als Beschichtung oder in kolloidaler Form eingesetzt. Zunehmend auch Nanosilber. Silberäonen finden als Desinfektionsmittel und als Therapeutikum in der Wundtherapie Verwendung. Sie können silberempfindliche Erreger nach relativ langer Einwirkzeit reversibel inhibieren, können darüber hinaus bakteriostatisch oder sogar bakterizid wirken. Man spricht hier vom oligodynamischen Effekt. In manchen Fällen werden Chlorverbindungen zugesetzt, um die geringe Wirksamkeit des Silbers zu erhöhen. Dabei kommen verschiedene Wirkmechanismen zum Einsatz. Blockierung von Enzymen und Unterbindung deren lebensnotwendiger Transportfunktionen in der Zelle. Beeinträchtigung der Zellstrukturfestigkeit. Schädigung der Membranstruktur. Die beschriebenen Effekte können zum Zelltod führen. Neben der Arbyrie, einer irreversiblen schiefer Grauenverfärbung von Haut und Schleimhäuten, kann es bei erhöhter Silberakkumulation im Körper außerdem zu Geschmacksstörungen und Riechstörungen sowie zerebralen Krampfanfällen kommen. Silber reichert sich in der Haut, der Leber, den Nieren, der Hornhaut, der Augen, im Zahnfleisch, in Schleimhäuten, Nägeln und der Milz an. Umstritten ist die therapeutische Einnahme von Colloidal-M-Silber, das seit einigen Jahren wieder verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit rückt und über Internet und andere Kanäle vermarktet wird. Es wird vor allem als Universal-Antibiotikum angepriesen und soll noch andere Leiden kurieren können. Wissenschaftliche Studien über die Wirksamkeit gibt es nicht. Bereits die mit einem gängigen Antibiotikum vergleichbare Wirkung ist bei peroraler Verabreichung stark anzuzweifeln. Sehr geringe oral aufgenommene Mengen bis 5 Mikrogramm Silber Körpergewicht und Tag sollen nach Ansicht der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPR zu keiner Vergiftung führen. Die Auswirkungen von Silber in Form von Nanopartikeln auf menschliche Gesundheit und Umwelt werden unter Riech im Jahr 2014 im Rahmen der Stoffbewertung von den Niederlanden geprüft. Silber gilt in vielen Märchen und Sagen als das einzige Metall, das in der Lage ist, Werwölfe und andere mythologische Wesen zu töten, was auch in modernen Fantasy-Romanen und Filmen häufig aufgegriffen wird. Silber influential Silber Silber Silber